So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und wir haben wieder eine kleine Infofolge für euch vorbereitet, heute am Freitag. Ich war heute auch schon draußen, hab was gefilmt, vor Ort, was richtig heftiges. Das werde ich aber glaube ich dann morgen erst raushauen. Morgen möchte ich auch schon mal darauf hinweisen, ihr seht auch, deswegen ist ja dieses Voltolos im Bild, und weil die ganze Woche gefragt wurde, macht ihr auch Voltolos Rates, gibt es Voltolos Rates, Voltolos für Zuschauer. Heute Freitag mache ich eine Infofolge, die hier. Abends werde ich mal ein bisschen die Meltanbox zünden, weil ich gestern ja nur den normalen Rauch an hatte, werde ich die Meltanbox zünden, da es ja jetzt diese garantierten XL Bonbons gibt. Was viel zu heftig ist, dass ihr für einen Meltan drei XL Bonbons bekommt. Ich habe ein 100% Melmetal, und das würde ich heute gerne abends im Stream maxen, auf Level 50. Gemütlich da XL Bonbons sammeln und dann zack, maxen, fertig. Was für euch wichtig ist, diejenigen, die noch keinen Voltolos haben, oder diejenigen, die noch einen Shiny suchen oder sonst was, oder diejenigen, die keine Möglichkeit haben zu raiden, oder die unfähig sind, die Raidgruppen zu nutzen oder sonst was. Morgen 8 bis 13 Uhr gibt es wieder Raids für Zuschauer mit Voltolos. Das ist auch ein guter Übergang, Voltolos, denn ab Dienstag gibt es ein Elektro-Event. Das allererste Elektro-Event in Pokémon GO ever. Und Dienstag wechselt auch die Form von Voltolos von der Inkarnationsform auf der Wolke, mit den Analkugeln, die er da mit sich führt, zu Tiergeist-Form. Guckt euch den an, wie der hier rumfliegt. Aber bevor wir dazu kommen, zum eigentlichen Thema, will ich noch mal kurz auf was anderes hinweisen, und zwar gestern war Donnerstag, gestern war wieder eine Bonus-Stunde mit Mega-Pokémon. Na Yendik probiert Donnerstag jetzt immer besondere Bonus-Stunden. Irgendwie hat das aber kaum jemand auf dem Schirm, oder nimmt das nicht wirklich wahr. Äh, letzte Woche Donnerstag war das mit den Rocket-Ballons, dass alle zwölf Minuten ein Rocket-Ballon kommt und das vermehrt ist. Fanden einige cool, manche haben nichts davon mitbekommen. Gestern Bonus-Stunde mit Mega-Pokémon, was in meinen Augen irgendwie ziemlich unnötig war. Denn es soll heißen, ihr aktiviert ein Mega-Pokémon und könnt dann, wenn ihr Pokémon vom gleichen Typ wild fangt, kriegt ihr mehr Bon-Boms dafür. Ihr kriegt ja sowieso schon an sich mehr Bon-Boms, wenn das den gleichen Typ hat und ihr eine Mega-Entwicklung am Start habt, gestern aber eine Stunde lang noch mehr Bon-Boms. Problem war, momentan ist ja das Stahl und Stahl- und Gesteins-Event könnte man sagen, wir haben keinen Mega-Pokémon vom Typ Stahl, wir haben keinen Mega-Pokémon vom Typ Gestein. Gestein, also wenn Stolos schon als Mega-Pokémon verfügbar gewesen wäre, hätte man ein Stolos Mega entwickeln können und dann schön Bon-Boms farmen, wenn man Gesteins- oder Stahl-Pokémon fängt. Das wäre irgendwie nützlicher gewesen, ansonsten hat man eine Stunde damit verbracht, eigentlich sinnlos eine Mega-Entwicklung zu machen von irgendeinem Pokémon, was nicht den gleichen Typ hat, wie die ganzen Events, Bonds. Fand ich also ein bisschen merkwürdig. Und, was eben den Stream für heute Abend betrifft, gestern habe ich es auch nochmal hier gepostet, man bekommt jetzt garantierte XL-Bon-Boms für den Fang von entwickelten Pokémon, Stufe 1 gibt also 1, die Stufe 2 gibt sogar 2 garantierte, ihr könnt natürlich auch mehr bekommen, es gibt auch Leute, die haben 5 XL-Bon-Boms bekommen, aber das sind die garantierten. Der Fang von legendären und mysteriösen Pokémon, auch mindestens 3 XL, das heißt bei Mewtwo, 100 Raids, dann habt ihr die 300 XL-Bon-Boms voll, fertig. Meltan jetzt, wir wollten gestern erst eine Meltan-Box zünden, habe ich nicht gemacht, zum Glück, kann ich sie heute zünden, jetzt, wo die Bon-Boms aktiv sind. Und für das Tauschen, können die jetzt auch XL-Bon-Boms erhalten. Da hieß es, glaube ich, je weiter die Distanz ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ein XL-Bon-Bom abfällt. Die sind, glaube ich, nicht garantiert, aber trotzdem auch möglich. Außerdem hat ein Test begonnen, mit Spielern, mit ausgewählten Spielern, die in der Lage sein werden, sehen zu können, welche Pokémon aus Eiern schlüpfen können. Wenn ihr darunter seid, schreibt's mal, wenn ihr das schon sehen könnt, wenn ihr ein ausgewählter Spieler seid. Ansonsten möchten wir ganz kurz jetzt auf das Event eingehen. Am Dienstag startet das, wie gesagt. Weil am Mittwoch, als so Voltolos nicht mehr da ist, gibt es am Montag auch eine Raid-Stunde mit Voltolos. Haben vielleicht auch nicht alle auf dem Schirm. Montag, Raid-Stunde mit Voltolos, 18 bis 19 Uhr. Macht damit, ladet da ein. Ich bin am Start, Scheinig suche sonst was. Level-Aufstiege, was ja so gut geklappt hat. Und natürlich Erfahrungspunkte mitnehmen. Aber am Dienstag kommt Voltolos in der Tiergeist-Form. Aber nicht nur das, denn es wird ein komplettes Elektro-Event stattfinden. Dienstag ab 10 Uhr bis Sonntag, 22. März, 20 Uhr. Schreibt's euch in den Kalender. 10 Uhr heißt natürlich, ab 10 Uhr können die Eier kommen und ab 11 Uhr können die Eier offen sein. Also ihr braucht nicht, wenn 10.30 Uhr bei euch ein Raid aufgeht, denken, okay, da ist jetzt ja aber immer noch Voltolos drin, statt die Tiergeist-Form. Verstehe ich nicht. Weil erst ab 11 Uhr die natürlich dann schlüpfen können, wenn ab 10 Uhr erst die neuen Eier da sind. Das führt jedes Mal zur Verwirrung. Ansonsten, was habt ihr großartig im Event? Häufiger in der Wildnis erscheinen Alola Kleinstein, Voldoball, Flunschlik und erstmals auch Zabladin. Ein neues Pokémon, aber nicht als Shiny. Es steht generell hier nichts von einem neuen Shiny, was aber nicht heißen muss, dass kein neues kommt. Ist ja manchmal überraschenderweise, hauen sie doch mehr raus, als wir denken. Ein neues Pokémon ist aber da und das hat sogar zwei Entwicklungsstufen. Also Zabladin-Bonbons farmen ist schon mal eine gute Idee. Alola Kleinstein ist ganz nett, Voldoball, sehr cooles Pokémon. Flunschlik ist an sich ja eigentlich auch ganz nützlich in der GBL, aber wahrscheinlich eher die Alola-Form als die normale. Aus 5 Kilometer Eiern kriegt ihr Pichu, Elekid, Fritzlblitz, Scheinux, Watzapf, Zabladin und Flunschlik. Wer noch ein Shiny Elekid sucht, nach dem Sea Day könnte sich da eins gönnen. Shiny Pichu ansonsten Scheinux natürlich. Scheinux, ja, so ein schönes goldenes Scheinux. Für mich ist da jetzt nichts dabei. Ich brauche noch Nasnet, zwei Stück und ein Habitak und ein Relaxo. Das sind die einzigen Scheinlis, die mir momentan fehlen. Bei Feldforschungsprojekten bekommt man neben Pogebellen und Begegnungen mit Elektropokémon auch Mega-Energie für Ampharos und Voltenso und das auch ein wichtiges Stichwort, denn nicht nur Voltolos in der Tiergeist-Form kommt rein, es gibt auch ein neues Mega-Pokémon, nämlich Voltenso als Mega-Pokémon und das ist sogar ein noch nützlicherer, heftigerer, stärkerer Angreifer als Elektro-Pokémon wie Mega-Ampharos. Mega-Ampharos gibt es ja auch mit Drachen-Attacke, ne, und Elektro-Moves, aber Voltenso ist nochmal eine Nummer heftiger. In Raids gibt es folgende Pokémon, Stufe 1, Voldo-Ball, Scheinux, Eliseber-Click, Zabladin. Gibt es irgendwas, was man hosten könnte, müsste? Scheinux-Raids sind aber eigentlich immer da, ist jetzt nichts Besonderes. Click-Raids sind eigentlich auch fast immer da und Zabladin könnte ja auch wild bekommen, muss man jetzt nicht hosten. Stufe 3 Raids Alola Raichu, Alola Georock, Magneton und Ampharos. Magneton wäre ganz cool, aber gibt es ja auch in so vielen Events einfach wild, bräuchte man also auch nicht. Voldo-Lost-Tiergeist-Form im 5er Raid, das wäre natürlich dann wieder was fürs Wochenende, also das Wochenende nach der Woche, wo Dienstag dann das alles anfängt. Voldo-Lost-Tiergeist-Form auf jeden Fall, die ist auch richtig heftig, glaube ich. Da können wir ganz kurz hier rechtsfeil klicken. kommt auf Max WP mit bester Kumpel auf Level 50 ist das glaube ich aber schon auf 4137 beziehungsweise 4186. Ihr seht, das ist ein heftiger Dude, ne? Er hat seine Wolke verlassen und ist aggressiv unterwegs, keine Ahnung. Hier hat er gemütlich seinen Red Bull getrunken, ist übrigens hier das Shiny, was da zu sehen ist. Und dann, wenn die Wirkung nachlässt, geht er los und muss Red Bull kaufen, Bruder. Und wer ihm in den Weg kommt, aber, ich glaube, mein Handy klingelt, Mega Raids. Hm. Hä? Bin ich jetzt dumm oder was? Achso. Nein, ich bin nicht dumm. Jetzt habe ich gedacht, da steht nur Mega Hundemon und Mega Rex Blizzar. Nein, da steht auch Mega Voltenso. Theoretisch würde es sich also vielleicht anbieten, am Donnerstag Raids für Zuschauer zu hosten mit einem Mega Raid. Da könntet ihr dann abstimmen, ob Rex Blizzar, Hundemon oder Voltenso. Voltenso ist der Neue. Ich denke mal, viele werden da Bock auf Voltenso haben. Wäre auch wieder eine gute Möglichkeit, mit euch zusammen das zu raiden oder euch da ein Mega Raid zu vermitteln, wenn ihr niemanden habt, der mit euch Mega Raids macht. Muss ich mal gucken, wer da Zeit hat, ob das so passt. Also, an sich eigentlich interessante Woche. Die Tiergeistform, heftig. Neues Pokémon, Bonbon sammeln, heftig. Zwei Weiterentwicklungen, Mega Voltenso, genial. Brauche ich wieder männlich, brauche ich weiblich, brauche ich shiny, muss ich alles entwickeln, muss ich wieder tausend Videos machen. Ansonsten, die Chance auf Entwicklungsitems aus Geschenken ist während des Events erhöht. Okay. Dieser Artikel ist sehr übersichtlich, sagen wir mal. Ich möchte aber auch einmal jetzt hier drauf noch zurückkommen von GoGames, denn das war pokefans.net. GoGames hat er auch dasselbe nochmal geschrieben, wie gesagt, Dienstag ab 10 Uhr. Haben sie euch sogar die Bildchen hier rein, dass ihr seht, wo, das gibt es in der Wildnis, da seht ihr hier diesen kleinen Penisfisch aus Eiern, gibt es den ebenfalls. Aber hier möchte ich eigentlich hin, weil das nochmal was zu diesem Pokémon beschreibt, ja. Zappladin. Zappladin ist ein Elektropokémon der fünften Generation, namentlich bestehend aus Zappeln, aber auch dem englischen Wort Zapp, Elektro, Schocken und Sardine. Es entwickelt sich zu Zapplaleck, lala, lelelelel, Zapp, Zappleleck, laleck, und letztendlich zu Zapplarang, welches optisch eine Mischung aus einem Zitteraal und einem Egel ist. Ein Zitteraal, Egel, ist das nicht genial? Habt ihr Bock auf das neue Pokémon? Ich weiß nicht, ist das krass, ist das stark, ist das sonst was? Bonus, wie gesagt, steht nochmal da, das steht da und hier nochmal ein größeres Bild auch von Mega Voltenso. Ich freue mich auf jeden Fall auf Mega Voltenso, ich freue mich auf die Tiergeistform, ich freue mich auf den Penisfisch, der dann noch Penisfischiger aussieht und dann plötzlich, kennt ihr das Kondom des Grauens? Ist auch ein Film, so sah das aus, wo die dachten, okay, zieh mal drüber, war die Wurst weg, ne? So viel dazu. Das sind eigentlich alle News, alle Fakten zusammengefasst. Mein Senf zum Elektro-Event, ich hab meine Favoriten genannt, sagt ihr, wie werdet ihr das Event nutzen, was sind eure, braucht ihr noch Shiny-Shinux, braucht ihr noch Shiny-Click, braucht ihr sonst was, wollt ihr Bonbons sammeln für bestimmte Pokémon, geht ihr komplett auf Tiergeist-Form-Raids oder habt ihr nicht so Bock zu raiden, habt andere Ziele, schreibt's mal alles rein und Voltolos Tiergeist-Form wird es nicht als Shiny geben, nur schon mal so vorweg, das ist das allererste Mal, dass das da ist. Also wenn sie kurzfristig jetzt als Shiny bringen, okay, ist aber nicht angekündigt, hört auf das als Shiny zu suchen. Das war's jetzt eigentlich von meiner Seite aus, das werde ich jetzt fix hochladen, heute Abend, wie gesagt, Meltan, Rauch-Stream mit Melmetal, 100% Level 50 und morgen dann Raids für Zuschauer mit Voldolos nochmal, die Form, die es als Shiny gibt, ja, macht euch bereit, wir sehen uns heute Abend wieder bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. das ist das ist, wenn wir jetzt eine bis zum Beispiel,